Ab dem ersten Weihnachtsfeiertag wird es wieder richtig voll auf Sylt, die Feiertags- und Silvesterurlauber reisen an. Zwischen den Tagen ist jede Menge los auf der Insel. Alle, die schon am Heiligabend auf die Partypiste wollen, im Club Rotes Cliff steigt ab 23.30 Uhr die Happy Xmas Party. Das Team von Peter Klim feiert am 24. gemeinsam mit den Gästen eine rauschende Weihnachtsparty. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird geschwommen. Wo? In der Nordsee. Wann? Ab 14.30 Uhr. Warum? Weil es Spaß macht. Das traditionelle Weihnachtsschwimmen lockt jedes Jahr einige tausend Zuschauer auf die Promenade und an den Strand, wenn sich die vagemutigen Weihnachtsschwimmer in die eiskalte Nordsee stürzen. Am 27. Dezember gibt es ab 19.00 Uhr im Kaltomer Friesensaal handgemachte Livemusik zu hören. Der Verein Sylter Bands veranstaltet die offene Bühne. Fünf Sylter Musikgruppen treten auf. Der Eintritt ist wie immer frei. Am 28. Dezember beginnt in Wenningstedt-Bradarob die diesjährige Cliffmeile. Ein tolles Eventprogramm wird geboten mit einem stimmungsvollen Fackellauf, dem Heimatabend der Wanderung zum Jahresende und verschiedenen Veranstaltungen für Groß und Klein und das in diesem Jahr im gerade fertiggestellten Haus am Cliff mit dem angeschlossenen Chursaal hoch 3. In unserem Veranstaltungskalender finden Sie alle wichtigen Events der kommenden Feiertage auf einen Blick.